Hier noch eine interessante Story aus der britischen Presse über den Pharao Tutankhamun, der damals als Gott verehrt wurde und der heute noch von Esoteriker New Agern quasi verehrt wird. Man hat dann mit modernster Technik analysiert, also eine virtuelle Autopsie, 2000 Computerscans und was hat man rausgefunden? Er war ein ziemliches Wrack. Also er, der angebliche Gott, dem diese berühmte Maske gewidmet war. Er hatte unglaublich breite Hüften, kaputte Beine, glaube ich einen furchtbaren Überbiss und lebte nicht sonderlich lange. Glaube ich ja ein Inzestproblem, also Hormonprobleme. Natürlich die Familie, wie die üblichen Herrscher auch, ineinander geheiratet und so weiter. Das war es dann. Also so ist die Computeranimation, so sah er ungefähr aus. Ja, ein ziemliches Trainwreck leider. Und das, meine Damen und Herren, ist die Realität. Natürlich ist es interessant, sich für die alten Pyramiden zu begeistern, aber man darf bitte nicht die Zustände der damaligen Zeit überhöhen oder in eine Art von Religion verfallen, Überhöhung der damaligen Zustände. Also wird ja allerhand Fantasie fabriziert, dass dann die Pyramiden durch Magie zustande gekommen waren, gebaut wurden. Oder mit Hilfe von Aliens, dass diese eingeweihten ägyptischen Leute wirklich zaubern konnten und so weiter. Das hier ist die Realität, meine Damen und Herren. Das steckt dahinter. Also Experten verstehen zwar längst, dass das Böse aus psychischen Aberrationen heraus resultiert und Psychopathen für ihre Gruppe, sei es eine Firma oder ein Staat, andere psychisch Degenerierte aus der Bevölkerung als Funktionäre auswählen. Aber die anarchische Kapitalisten weigern sich auf Teufel komm raus, mit diesem Wissen über psychologische Selektionsverfahren die Republik zu verbessern, abzugraden, ins 21. Jahrhundert zu bringen. Anstatt eine Negativauslese zuzulassen, was ja im Moment die Norm ist, braucht es Screening-Verfahren, Prüfverfahren, um zu verhindern, dass psychisch degenerierte Menschen zu Amt und Würden kommen. Und es gibt hier äußerst, äußerst fähige Experten, die das Ganze unter Lebensgefahr erforscht haben, wie Herr Lobaczewski hier, der berühmte Psychologe, Psychiater aus Polen, unter Sowjetherrschaft, mit diesem Buch hier, was eines der wichtigsten Bücher ist, die jemals geschrieben wurden, Politische Pornologie, Wissenschaft über das Böse. Das Ganze ist keine Revoluzzer Bibel, das Ganze ist kein Text, der den neuen Menschen erfinden will oder der alles umwerfen will, neue Moral definieren will und diesen ganzen Nonsens, sondern es ist der Bau eines Wissenschaftszweiges in der Psychologie, der längst überfällig war, der in Fragmenten in anderen Wissenschaftszweigen auch schon vorhanden ist, Kriminologie und so weiter, die reguläre Psychologie. Aber was fehlt, ist einfach die Anwendung dieses Wissens auf die Frage, was ist das Böse tatsächlich, wie entsteht es und wie ergreift es alle möglichen menschlichen Gruppen immer und immer und immer wieder. Was ist diese psychologische Natur, diese Natur der Psychopathen, was ist dieses Wesen des Bösen, das immer wieder durchdringt, ganz egal, was für tolle Ideologien oder Figuren da den Leuten präsentiert werden als Fassade. Und er schreibt halt eben auch, naja, es gibt in der Überzahl vernünftige Menschen, oder zumindest vernunftbegabte Menschen, Leute, die die tatsächlich fähig sind, die produktiv sind, die Psychopathen sind in der überwiegenden Minderheit. Und wir, meine Damen und Herren, sind die weitaus fähigeren Menschen. Das Einzige, was uns fehlt, ist das psychologische Wissen. Sobald wir dieses haben, ist der ganze Spuk und der ganze Albtraum nämlich vorbei. Und die Zaubertricks, die Illusionskünstler, haben nichts mehr, was sie uns entgegensetzen können. Und er schreibt hier in seinem Buch, dass ein gesunder Mensch sehr wohl mit einem Amt umgehen kann, verantwortungsvoll, dass er sehr wohl wichtige Aufgaben gut erfüllen kann. Ein anständiger Mensch, wenn er diese Verantwortung bekommt, durch eine Wahl oder durch eine Ernennung im Parlament oder was auch immer, wenn jemand mit allen Tassen im Schrank eine solche Aufgabe bekommt, dann wird er sich gewaltig anstrengen, um dieser Verantwortung auch gerecht zu werden. Er wird alle seine Kapazitäten anwenden, er wird andere Leute, die er respektiert, um Rat fragen. Er wird sich zurücksehnen nach dem einfacheren Leben und hat natürlich schon Pläne für seine Rückkehr in dieses einfachere Leben ohne diese riesige Verantwortung. Er ist dann auch froh, diese Verantwortung irgendwann auch wieder abgeben zu können. Ein psychologisch aberranter Mensch strebt zielstrebig, wahnhaft zu dieser Position, zu diesem Amt, ohne die Qualifikationen aufzuweisen, was diesem diesem narzisstischen, psychopathischen Menschen auch egal ist oder was er auch gar nicht wirklich versteht, nicht nachvollziehen kann. Der Wille zur Macht reicht ja und diese Personen werden festkleben an der Macht, wie verrückt werden diese Macht ausweiten mit allen schmutzigen Tricks und das dann eben zum Eskalieren bringen und natürlich dann dafür sorgen, dass er mit weiteren aberrannten Menschen ein Netzwerk bildet und er wird dann versuchen, eben die eigenen Reihen, also von seinem Wirkungseinflussbereich, die eigenen Reihen zu säubern von den vernünftigeren, geistig gesunden Leuten und wird gezielt psychisch-geistig aberrannte Leute auswählen und in wichtige Positionen hieven. Das heißt, in einem Screening-Verfahren könnte man die Republik tatsächlich verbessern. Also wie gesagt, man könnte das ganze Buch zitieren, das heißt hier zum Beispiel, eine der ersten Entdeckungen der Gesellschaft normaler Menschen ist ihre Überlegenheit gegenüber den tyrannischen Machthabern in Intelligenz und in praktischen Fähigkeiten. Egal wie genial diese Anführer vorgeben zu sein. Die Knoten, die Vernunft lahmlegten, werden langsam lockerer und die Faszination am eigentlich nicht vorhandenen geheimen Wissen der neuen Machthaber und ihrer Pläne beginnt zu schwinden. Daraufhin machen sich die Menschen mit dem genauen Wissen über diese neue abweichende Realität vertraut. Die Welt der normalen Menschen ist der Welt der psychologisch Abweichenden immer überlegen, wenn konstruktive Handlungsweisen benötigt werden, ob dies nun der Wiederaufbau eines zerstörten Landes ist, Technologie, die Organisation der Wirtschaft oder wissenschaftliche und medizinische Arbeiten. Das heißt, jeder Kult, jedes Kultsystem versucht dann immer diese Geheimniskrämerei zu etablieren, damit die Leute versessen sind auf eine Auflösung dieses Mysteriums. Man jagt die Lösung und dabei gibt es kein tolles Geheimnis. Es gibt kein tolles Geheimwissen. Die Auflösung des Rätsels ist, wir haben es zu tun mit ein paar absolut degenerierten kranken äh kranken Abschaumhirnen, die nicht mal besonders die nicht mal besonders intelligent und fähig sind. Dieses Wissen verliert seine hypnotisierende Kraft dann, wenn normale Menschen lernen, diese Phänomene ebenfalls zu verstehen. Aus diesem Grund überrascht es einem Psychopathologen nicht, dass in Bezug auf Fähigkeiten und Talente die Welt der normalen Menschen dominant ist. Für eine betroffene Gesellschaft ist dies jedoch eine Entdeckung, die Hoffnung und psychologische Entspannung erzeugt. Da unsere Intelligenz ihrer Intelligenz überlegen ist, also wir sind den den Bad Guys im Psychos überlegen, deshalb können wir sie erkennen und verstehen, wie sie denken und handeln. Das lernt ein Mensch in solch einem System durch Eigeninitiative, die durch die Bedürfnisse des alltäglichen Lebens angeregt wird. Er lernt dies, während er in seinem Büro, seiner Schule oder Fabrik arbeitet, wenn er mit der Obrigkeit umgehen muss oder wenn er im Gefängnis sitzt, was nur wenige Menschen vermeiden können. Es ist wichtig, die Rolle bestimmter Menschen in solchen Zeiten, in solchen schwierigen tyrannischen Zeiten hervorzuheben. Sie beteiligen sich an der Entdeckung des Wesens dieser neuen Realität und helfen anderen, den richtigen Weg zu finden. Sie haben einen normalen Charakter, doch sie hatten eine unglückliche Kindheit. Ups. Sie waren sehr früh Menschen mit verschiedenen psychologischen Abweichungen ausgesetzt, pathologischer Egotismus und verschiedene Einschüchterungsmethoden mit eingeschlossen. Das Herrschaftssystem trifft sie wie eine riesige gesellschaftliche Multiplikation der Erfahrungen, die sie aus ihrer Kindheit kennen. Von Anbeginn an betrachten diese Menschen diese Realität viel nüchterner. Sie durchschauen die Ideologie mit ihren paralogistischen Geschichten sofort, die ihnen wohl bekannt sind und deren Zweck es war, die bittere Realität ihrer Erfahrungen in Kindheitszeiten zu verhüllen. Sie erkennen bald die Wahrheit, da die Entstehung und das Wesen des Bösen unabhängig des sozialen Maßstabs, in dem es auftritt, analog ist. Solche Menschen werden in glücklichen Gesellschaften nur sehr selten verstanden, doch sie sind in diesen Fällen von unschätzbarem Wert. Ihre Erklärungen und Ratschläge stellen sich als richtig heraus und werden an andere Menschen übermittelt, die dem Netzwerk dieses Erbes beitreten. Die Gesellschaft erkennt schließlich diese Menschen, die außergewöhnliche intuitive Wahrnehmungen und praktisches Wissen darüber sammeln konnten, wie Pathokraten denken, wie kranke Herrscher denken und wie solch ein Herrschaftssystem funktioniert. Manche von ihnen werden in der Anwendung der abweichenden Sprache und ihrer Redewendung in derart geübt, dass sie sie wie eine Fremdsprache benutzen können, die sie perfekt gelernt haben. Die Pathokraten jedoch, die Pathokraten jedoch können niemals lernen, in normalen menschlichen Kategorien zu denken. Und er fand natürlich auch heraus, dass 20% von Geheimpolizei, Mitarbeitern, Geheimdienstlern, also die Leute, die einem Terrorsystem diese ganze Schmutzarbeit machen müssen, sagen, dass 20% von denen in Irrenanstalten beziehungsweise landen, beziehungsweise mit schweren psychologischen Schäden enden und diesen Job dann sehr bald nicht mehr weitermachen können und eigentlich für den Rest ihres Lebens gebrannte Leute sind. Hier noch kurz zu der Bedeutung einer Republik. Also eine Republik darf niemals eine Sekte sein. Die Gründerväter der US-Republik, natürlich ihre Probleme hatten, die natürlich auch Freimaurer waren und aus dem britischen Empire heraus gewachsen sind und deren, deren, die auch sehr schwer einzuschätzen sind in ihrer Person. Allerdings kannten sie die Prinzipien einer freien Marktwirtschaft. Sie waren aber gleichzeitig Militärführer und in nachrichtendienstliche Tätigkeit bewandert. Sie waren keine blanken Theoretiker, die sich vielleicht in einem Feld auskannten und ihre Republik betrachteten sie als ein Work in Progress, eine sich ständig weiterentwickelnde Sache. Zu dem Zeitpunkt der amerikanischen Republikgründung gab es schlicht noch keine moderne Psychologie und keine Poneurologie, keine ernstzunehmende Wissenschaft über das Böse. Es gab keine modernen Kommunikationsmittel. Es liegt auf der Hand, die Republik weiterzuentwickeln, anstatt sie in tausende Teile zu zerschlagen, zurück ins Mittelalter zu gehen und zuzulassen, dass allerhand bunte Verrückte mit den Menschen und gefährlichen Altbacken-Konzepten herum experimentieren. Und jemand wie Ayn Rand mit ihrer traumatischen Kindheit und kaputten, dekadenten Mutter schrieb mit ihrem Millionen-Bestseller-Roman Atlas Shrugged einfach eine narzisstische Rache-Fantasie, die beim Publikum Anklang fand. Man kann sich vorstellen, was passiert, wenn sektiererische Kultmitglieder und unzählige Mitläufer mit guten Absichten tatsächlich in eine abgesonderte John-Gault-Kommune der Übermenschen ziehen. Das Ganze würde enden wie in Lord of the Flies oder halt von äußeren Feinden plattgemacht werden. Denn die hoffnungsvollen Revoluzzer sind nur ausgestattet mit einer fehlerhaften Moralphilosophie des weiblichen Gurus Ayn Rand, sowie mit einer wenig interessanten psychologischen Lehre über Entscheidungsfinden, glaube ich, Prexologie oder so ähnlich. Wenn sie nicht einmal Figuren wie Rand oder Stefan Molyneux oder Adam Kokesh durchschauen können, sind sie hoffnungslos verloren. Also Lou Rockwells und Hans Hermann Hoppes Begrifflichkeiten, die auf dem Papier zwischen Regierung und Nichtregierung, zwischen privat und staatlich völlig trennen, werden an dem Element scheitern und sich in Bedeutungslosigkeit auflösen, das immer noch viel zu wenige Leute verstehen bzw. verstehen wollen, nämlich die menschliche Psyche. Hinter der netten Befreiungslehre und den unrealistischen Versprechen von absoluter Gewaltlosigkeit ohne Staat steckt eine sehr wütende Sekte. Jeder neue Rekrut muss lernen, die Nichtgläubigen und Rekrutierungsunwilligen zu verachten und zu bemitleiden. Nach außen hin ist man erstmal, manchmal ist man deutlich und lässt das durchschimmern und sagt dann, wir müssen lernen, die Etatisten zu verachten, weil die uns ja Gewalt antun wollen. Und wir predigen ja absolute Gewaltlosigkeit. Manchmal sind sie natürlich dann ein bisschen PR erfahrener und sagen dann nach außen, nein, nein, wir sind da eigentlich ganz nett und harmlos. Erst wenn man weiter reingelaufen ist in die Sekte, dann offenbart man einem die härteren Inhalte. Also sind die eigenen Eltern, Brüder und Schwestern nicht an Bord der Ideologie, dann soll man sich von jenen trennen, so landet man in einem engen Zirkel, wo jeder den anderen konstant in seinem Denken bestätigt, wo ernsthaft Clans wie die Rockefellers entschuldigt werden, wo das Mittelalter romantisiert, die Monarchie bevorzugt wird, wo sogar ernsthaft vorgeschlagen wird, links zu wählen, damit das System schneller zusammenkracht und wo die neue Aristokratie laut Hoppe aus der Asche emporsteigt und wo wahrscheinlich wieder eine Übergangsdiktatur gebraucht wird, wie in der Geschichte der libertären großen Helden, Mises Hayek und so weiter, Rothbard etc.